The Great Reset. Ihr alle wisst, was gemeint ist. Haben wir am Freitag den Great Test gesehen für den Great Reset. Es gibt hier eine spannende Analogie, wie das am Freitag passieren konnte, dass weltweit dieses Thema ausgefallen sind. Das ist eine Blaupause für den Great Reset. Ich erkläre dir heute, warum mich das etwas beunruhigt. Ansonsten gibt es hier noch die Frage, ob wir denn den Intelligenztest von CrowdStrike bestehen können oder ob wir am Ende damit durchfallen werden. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt es am Freitag alle mitbekommen. Der weltweit größte IT-Ausfall seit fast einem Jahrzehnt oder schon etwas länger, könnte man sagen. Das Ganze ist passiert über ein fehlerhaftes Update der Firma CrowdStrike. CrowdStrike ist eigentlich die Firma, die mit ihrer Software dafür sorgen soll, dass man vor böswilligen Angriffen und Schadsoftware im Netz geschützt ist. Auch vor sogenannten Black-Ausfallzeiten etc. soll hier geschützt werden. Das Desaster war perfekt wie ein Update. Und zwar ein ganz kleines Teil dieses Updates weltweit für Chaos gesorgt hat. Das Channel File 291 wurde ab kurz nach 6 Uhr deutscher Zeit am Freitag ausgeliefert. Ungefähr 90 Minuten wurden damit die Systeme geupdatet. Jetzt ist die spannende Frage vor allem zuerst, wer datet seine Systeme im laufenden Betrieb ab? Da muss man sagen, es geht hier um die Sicherheitsinformationen, die mehrfach am Tag geupdatet werden. Also es ist gar kein Funktions- oder Programm-Update, sondern CrowdStrike ist am Ende nur eine besondere Form der Antiviren-Software, wenn man so möchte. Und die haben tagesaktuelle Informationen aufgespielt, was denn die aktuellsten Bedrohungen sind. Und genau da kam es zu einem folgenreichen Fehler. Der Kerneldreiber der Software wurde zum Absturz gebracht. Und das ist wirklich bemerkenswert, denn das ist nämlich hier genau die Blaupause für einen Great Reset. Es ist gar kein Update-Vorgang in dem Sinne, dass sich Computer updaten, herunterfahren, neu starten. Nein, ein laufendes Programm zieht mehrmals am Tag Sicherheitsinformationen und da konnte man ungespielt, also ungefiltert diesen Bug einspielen von CrowdStrike. Sie sagen natürlich unbeabsichtigt. Allerdings hätte es in der Testumgebung auffallen müssen. Es ist wirklich bemerkenswert, es ging hier nur um Angriffsszenarien für Windows, deswegen sind die Mac- und Linux-Systeme davon nicht betroffen gewesen, denn die gleiche Datei wurde auch an diese Systeme ausgespielt. Wir wissen also, es gibt in der kritischen Infrastruktur Sicherheitsinformationen, die mehrfach am Tag geupdatet werden. Und genau das ist das große Einfallstor in meinen Augen. Es sind nur weltweit ungefähr 1% der Computer davon überhaupt betroffen gewesen. 8,5 Millionen Geräte sollen es sein, die alle händig dann zurückgesetzt werden müssen. Stellt euch vor, das hätte sich durchgefressen auf 20, 30 oder 50% der Systeme. Das Interessante ist, die ganzen Linux-Systeme wären außen vor, das heißt, das Internet basiert zu 98% auf Linux-Systemen. Das hätte funktioniert, nur es wären am Ende trotzdem fast alle offline gegangen. Denn spätestens irgendwo in der Telematik-Infrastruktur, dann in der Stadt, hat dann zum Beispiel die Telekom auch Windows-Derivate im Einsatz und auch die wären dann am Ende abgeschaltet gewesen. Es ist hier die spannende Frage, ob man für den Create-Reset diesen Create-Test quasi mal probiert hat und versucht hat, über so eine Sicherheitsinformation mal in den laufenden Betrieb einzugreifen und zu sehen, wie lange das läuft, wie lange das läuft, bis es erkannt wird. Und stellt euch vor, das wäre nicht nach 90 Minuten aufgefallen, sondern erst nach 5, 6 Stunden. Der Schaden wäre wirklich immens gewesen. Die große Frage ist jetzt allerdings, ob wir überhaupt daraus lernen. Jetzt kommen sie alle wieder. Ja, kritische Infrastruktur ist bedroht und die Cyberbedrohung und die Angriffsszenarien. Und da muss man sagen, stopp. Hier wurde mit ganz, ganz schwerem Vorsatz gehandelt. Und zwar von allen, die Crowdstrike einsetzen und davon betroffen waren. Denn in den allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Nummer 8 steht folgendes. Die Crowdstrike-Angebote sind nicht für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen vorgesehen, die eine ausfallsichere Leistung erfordern. Es ist ebenso verboten, sie in den Betrieb von Flugzeugnavigation, Nuklearanlagen, Kommunikationssystemen, Waffensystemen, direkten oder indirekten lebenserhaltenden Systemen, Flugverkehrskontrolle oder Anwendungen oder Anlagen bestimmt sein, bei dem ein Ausfall zu Tod oder zu einer schweren Körperverletzung führen könnte. Es heißt dann am Ende, der Kunde stimmt zu, dass es in der Verantwortung des Kunden liegt, die sichere Nutzung eines Crowdstrikes-Angebots und der Crowdstrike-Tools in solchen Anwendungen und Installationen zu gewährleisten. Und das ist echt ein Schlag. Hier kann man jeden Anzeigen, jeden Klinikbetreiber in diesem Land für vorsätzliches Handeln, denn es ist ganz klar nicht vorgesehen, im kritischen Betrieb so etwas zu benutzen. Und ja, auch wenn im Klinikum nicht die Intensivgeräte an sich ausgefallen sind, sondern nur die Peripherie außenrum, es war schlimm genug. Sie wussten weder Telefonnummer der Patienten, Namen des Patienten, Medikationsplan des Patienten, alles war digital gespeichert in den Universitätskliniken. Und sie haben dann erstmal überlegen müssen, was sie in so einem Systemausfall machen. Der Hersteller sagt klipp und klar, wir garantieren für gar nichts, das sowieso nicht, aber in diesem expliziten Fall dürft ihr es nicht benutzen. Die Flugverkehrskontrolle benutzt es anscheinend auch nicht. Die war nämlich nicht beeinträchtigt, sondern die Bodenverkehrskontrolle. Und da wird es auch spannend, ob man hier wegen Vorsatz gegen die Flughafenbetreiber und deren Manager vorgehen kann. Auch alle, die von einem Flugausfall betroffen sind, können selbstverständlich ihre Airline in Regress nehmen. Das hat nichts mehr mit höherer Gewalt zu tun, ein Softwarefehler, sondern der Hersteller schreibt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Software, dass ihr das nicht machen dürft. Crowdstrike, darauf vertrauen viele. Und was ist am Ende daraus geworden? Eine Luftnummer, ein Angebot, was im Ernstfall gar nicht benutzt werden darf. Das heißt, die ganze Security und Compliance Theater, was man damit macht, es geht gar nicht um kritische Infrastruktur. Also ist das ein Nischenprodukt für alles, was keine kritische Infrastruktur ist. Ihr werdet sagen, ja, aber es gibt nichts für kritische Infrastruktur. Doch, das kostet nur meistens das Zehnfache an Geld, wenn es zertifiziert ist. Ob das dann die Lösung ist, sei mal außen vor. Die Zertifizierung kommt vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die haben auch schon Schrott zertifiziert. Allerdings, hier wurden systematisch Kosten gespart von Airlines, von Flughafenbetreibern, von Krankenhäusern, von allen, die jetzt betroffen sind, weil man gesagt hat, okay, wir nehmen keine ausfallsichere Software, die kostet mehr Geld. Es wird schon kein Ausfall kommen. Wir sparen jedes Jahr dadurch Geld. Ob jetzt am Ende wirtschaftlicher Schaden überhaupt entstanden ist, das müsste man mal aufrechnen. Denn wenn man damals die Investitionen getätigt hätte in die ausfallsicheren, dafür gemachten Systeme, wäre die Frage, ob das sich jetzt aufwiegen würde, die Mehrkosten mit dem Schaden, der jetzt entsteht, einfach nur zu sagen, Crowdstrike verursacht hier Milliardenschaden. Nein, es sind die Chefs der Firmen, die hier Produkte einsetzen, die dafür gar nicht geeignet sind. Das ist ja Geschäftsmodell geworden, unfertige Software gegen Abogebühren, ähnlich wie die GEZ das betreibt, hier zu vermarkten. Sie nennen das freie Marktwirtschaft. Das ist moderner Sklavenhandel, was sie da betreiben. Entweder du frisst mein Windows mit den Fehlern und kaufst mein Office 365 jedes Jahr neu oder du nimmst halt irgendetwas, was nicht Standard in der Industrie geworden ist. Schreib mir deine Meinung unbedingt unter dieses Video. Siehst du hier auch vielleicht den Create-Test für den Create-Reset, denn das ganze Spiel funktioniert nur, wenn wir wirklich einmal die ganze Welt offline schicken. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, drück die Glocke und den Daumen hoch. Schau auch mal bei X oder Telegram vorbei. Da gibt es öfters mal Bilder, die du hier nicht zu sehen bekommst, aus Gründen der Community Guidelines von YouTube. Aber ich sage Tschau, bis bald. Ich sage Tschau, bis bald.